Hey! Caillou hatte sich noch nie unter den Rasensprenger gestellt, wenn er angezogen war. Es machte ihm Spaß, draußen zu sein, ohne dass ihm jemand sagte, was er zu tun hatte. Hallo! Spielst du mit, Himmel und Hölle? Dann musst du deinen Stein werfen. Caillou hüpfte wie ein Hase die Straße runter bis zur nächsten Ecke. Er hatte beschlossen, ganz allein um den gesamten Häuserblock zu gehen. Nur keine Angst, Bella ist ein lieber Hund. Caillou hatte Angst vor dem Hund. Wohin gehst du? Ich gehe um den Häuserblock und ich gehe ganz allein. Du bist ganz schön mutig. Wenn du da entlang gehst, dann kommst du wieder nach Hause. Allmählich bekam Caillou Angst. Das wäre wohl, wenn er sich verlaufen würde oder noch einem anderen großen Hund begegnen würde oder wenn ihn eine große Krähe jagen würde. Hallo mein Kleiner, ich kenne dich. Du bist Caillou. Ich habe dich schon oft mit deinen Eltern gesehen. Caillou und seine Mami hatten diese Frau auch schon häufig gesehen. Sag mal, bist du ganz allein hierher gekommen? Guck mal, was ich hier habe. Soll er auf deinen Finger krabbeln? Das kitzelt. Marienkäfer, Marienkäfer, flieg nach Hause. Und ich glaube, für dich wird es auch wieder Zeit, nach Hause zu fliegen. Aber vorher habe ich noch was für dich, Caillou. Tschüss, Marienkäferchen. Wahnsinn. Als erstes suchte er sich eine Wildwasserfahrt aus. Caillou, stell dich mal vor die Tafel. Warum denn? Du darfst nur mitfahren, wenn du groß genug bist. Ja. Gefällt es dir? Ja, das macht Spaß. Aber es macht auch ein bisschen Angst, nicht wahr? Caillou und Papi waren beide der Meinung, dass die Flussfahrt ihnen Spaß brachte, aber auch ein bisschen Angst machte. Ja. Aber schon bald machte es Caillou so viel Spaß, dass er gar keine Angst mehr hatte. Das Wasser hat uns nass gespritzt, Mami. Wer möchte Nachtisch haben? Ja, ich bitte. Rosie möchte auch. Lecker. Oh. Also ich glaube nicht, dass Zuckerwatte wirklich gut für euch ist. Heißt das etwa, du willst keine haben? Ach. Ja. Guck mal, Papi. Wir sind jetzt aber ganz schön hoch. Da. Caillou fand es super, im Riesenrad zu fahren. Von hier oben hatte er einen tollen Blick über den ganzen Freizeitpark. Papi, Papi, guck mal. Das war der größte Teddybär, den Caillou jemals gesehen hatte. Wenn man es schaffte, all seine Ringe über den Holzpflock zu werfen, konnte man den Bären gewinnen. Hey. Für Caillou war das ein sehr schweres Spiel. Leider vorbei. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Kannst du das schaffen, Papi? Ich versuche mein Bestes. Toll gemacht. Ja, Papi. Caillou hoffte inständig, dass sein Papi auch den dritten Ring über den Pflock werfen würde. Caillou, es ist Zeit für dein Bad. Ich meine es ernst, Caillou. Mir ist nicht nach Versteckspielen zumute. Caillou wollte nicht baden. Wo ist er nur? Wo kann der Junge bloß stecken? Wo hat sich Caillou versteckt? Aha. Da bist du also. Komm jetzt mit. Du musst baden. Ich will aber nicht baden. Es ist zu kalt, Mami. Na gut. Es ist zu kalt, Mami. Na, wohin so eilig, junger Mann? Ich will jetzt spielen. Du kannst später spielen. Jetzt wird gebadet. Du musst doch schön sauber sein. Ich will aber nicht sauber sein. Nein. Es macht keinen Spaß. Jetzt bekommst du einen Schaumbad. Nein. Aber das tut doch nicht weh. Ordentlich viel Schaum. Das ist doch lustig. Nein. Gib mir deine Hand. Na, sieht das nicht lustig aus? Plötzlich wollte Caillou sein Quietscheentchen haben. Und ihm fiel ein, dass er es in Rosis Zimmer gelassen hatte. Oh nein. Nicht schon wieder. Caillou, komm sofort zurück. Mein Quietscheentchen. Mein Quietscheentchen macht ganz viele Seifenblasen. Große Seifenblasen. Damit kannst du noch viel mehr machen. Caillou stellte fest, dass man beim Baden genauso gut spielen kann. Und jetzt wusste er, wie man Seifenblasen machte. Guckt mal, ich kann ganz viele Seifenblasen machen. Juhu. Hey, wo ist denn Caillou? Hier bin ich. Hier bin ich. Wo ist mein Quietscheentchen? Hab keine Angst. Komm und rette dich. Mami, Papi, ihr seid ganz nass. Und jetzt wusste Caillou auch, dass man beim Baden herrlich planschen und spritzen kann. Genug Caillou. Komm, ich trockne dich ab. Ich will aber noch nicht. Ich will weiter in der Badewanne spielen. Gut. Du kannst ja morgen wieder beim Baden spielen. Ja, mit meinem Quietscheentchen und ganz vielen Seifenblasen. Und ab jetzt liebte Caillou das abendliche Bad über alles. Als Caillou versuchte, die Schalen von dem kaputten Blumentopf zu verstecken, hatte er den Einfall, George die Schuld zuzuschieben. Caillou, Caillou, Caillou. Essen. Ich komme. Ich komme. George kann unheimlich schnell rennen, aber ich hab den Wettlauf gewonnen. Wo wohnt dieser George, Caillou? So ganz genau weiß ich eigentlich nicht, wo er wohnt. Caillou. Aber ich glaube, er wohnt in unserem Keller. George ist wahrscheinlich mein allerbester Freund in der ganzen weiten Welt. Caillou, wir sind schon lange mit dem Essen fertig, aber du hast so viel geredet, dass du deins nicht mal angerührt hast. Tut mir leid, Mami. Vielleicht geht George schon mal in den Garten, während du zu Ende isst. Gut, Mami. Danke, George. Caillou kommt dann gleich nach. Bis später, George. Hey, Caillou. Könntest du mal einen Moment herkommen? Weißt du, wie das passiert ist? Äh, äh. George hat ihn kaputt gemacht. Bist du ganz sicher, dass das George war? Caillous Papi wusste genau, dass nicht George den Blumentopf zerbrochen hatte. Ja, Papi. Wir sind um die Wette gelaufen und dann hat George den Kopf umgestoßen. Tja, ich glaube, vielleicht hattest du auch etwas damit zu tun, oder Caillou? Ja, Papi. Also, pass auf. Du hilfst mir beim Wegräumen der Schaben. Und wenn du das nächste Mal mit George spielst, solltet ihr beide etwas vorsichtiger sein. Natürlich war Caillou mit Papis Vorschlag einverstanden. Ja, mach ich. Gut. Du musst die Schaufel ganz festhalten und ich fege alles hinein. George ist ganz schön tollpatschig, nicht wahr, Papi? Ein bisschen wie du, hä? Caillou, wir haben heute Hochzeitstag. Das ist ein ganz besonderer Tag für Mami und Papi. Aber wir haben auch etwas ganz Besonderes für dich und Rosie. Einen neuen Babysitter. Ist das nicht toll? Ich mag keinen neuen Babysitter. Das muss Julie sein. Ich mach ihr auf. Ich mag Julie nicht. Nein! Weil Julie für Caillou noch fremd war, wollte er seinen alten Babysitter haben. Deshalb war ihm sofort klar, dass er sie überhaupt nicht leiden mochte. Hallo Caillou, ich bin Julie. Einfach nur diesen Knopf drücken. Wiedersehen. Sieht deine Mami in ihrem Kleid nicht wunderschön aus und deinem Papi steht der Frack einfach fabelhaft? Los, wink zum Abschied. Und einige Zeit später gab es Abendessen. Ich will kein Abendessen haben. Rosie auch kein Abendessen. Caillou, du musst etwas zu Abendessen. Du kannst mich nicht zwingen. Ich habe eine Idee. Eure Eltern sind zu einem besonders festlichen Abendessen ausgegangen. Warum machen wir nicht das Gleiche? Obwohl für Caillou klar war, dass er Julie nicht mochte, war er doch neugierig darauf, was jetzt geschehen würde. Kommt schon, worauf warten wir noch? So, jetzt siehst du genauso schick wie dein Papi aus. Ehrlich? Tue ich das? Aber sicher. Caillou stellte fest, dass er anfing, Julie zu mögen. Und jetzt muss auch noch Rosie so hübsch wie ihre Mami aussehen. Gilbert! Hatt ihn fest! Das Verkleiden mit Julie hatte Caillou Spaß gemacht. Aber auf den Salat hatte er überhaupt keinen Appetit. Komm schon, Caillou, du musst etwas essen. Ich will aber kein Abendessen haben. Ah, guten Morgen, junger Mann. Fährst du auch mit dem Schulbus? Augenblick mal. Also, sie kenne ich doch. Sie habe ich damals zur Schule gefahren, als sie noch ein kleiner Junge waren. Hallo, Mr. Washington, wie schön, Sie mal wiederzusehen. Das hier ist mein Sohn Caillou. Er wollte sich den Bus ansehen. Tja, Caillou, es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dich zur Schule zu fahren, wenn es soweit ist. Ich will mit dem Bus fahren, Papi. Heute kann ich dich leider nicht mitnehmen, Caillou. Mr. Washington sah, dass Caillou sehr enttäuscht war. Aber ich könnte es vielleicht morgen tun. Vorausgesetzt, dass deine Eltern nichts dagegen haben. Und ich muss natürlich auch meinen Chef fragen, ob er es erlaubt. Deshalb kann ich es dir jetzt noch nicht versprechen. Ist das nicht sehr nett von Mr. Washington, Caillou? Komm, wir fragen Mami. Oh, toll. Was ist das, Caillou? Das ist der Schulbus, Papi. Und wer steuert den Schulbus? Ich. Caillou, du weißt doch, dass wir erst morgen wissen werden, ob du mit dem Schulbus mitfahren darfst. Mhm. Hallo, Caillou. Du siehst aus, als ob du heute zur Schule gehst. Caillou war sehr nervös, weil er nicht wusste, ob er mit dem Schulbus mitfahren durfte. Guten Morgen. Wir wollen doch nicht zu spät zur Schule kommen, Caillou. Los, steig ein. Ja. Worauf wartest du noch? Rein mit dir. Oh Mann. Caillou war begeistert, im großen gelben Schulbus fahren zu dürfen. Wir sind gleich bei dir zu Hause, Caillou. Dein Papi wartet schon auf dich. Hey. Hast du mich gesehen, Papi? Ich war in dem Schulbus. Natürlich habe ich. Jetzt wollen wir uns bei Mr. Washington bedanken. Vielen Dank, Mr. Washington. Er hatte all seine Sachen runtergebracht, sodass er nichts zum Anziehen hatte. Oh. Nein. Caillou. Caillou. Sch. Du weckst Rosi auf. Warum stehst du denn in der Unterhose da? Ich habe überhaupt nichts zum Anziehen. Das kann nicht sein. Du hast doch so viele Sachen. Oh. Du meine Güte, das stimmt. Hm. Ich weiß was. Wir spielen Verkleiden. Mit meinen Sachen. Ich kann nicht Kleider von Erwachsenen tragen. Warum denn nicht? Ich bin viel zu klein. Das werden wir ja sehen. Aha. Hier. Die stehen hier großartig. Wären Sie so freundlich und probieren Sie das mal an, Sir. Das hat gekitzelt. Kann ich auch einen Hut haben? Ich will mich sehen. Ich will mich sehen. Augenblick. Da fehlt noch etwas. Ich will mich nicht mehr lassen. Jeder soll ein Gentleman. Ich finde meinen Schnurrbart prima. Wer sagt denn da, dass du zu klein für Erwachsenenkleider bist? Ja. Caillou. Du bist ja völlig verkleidet. Du siehst wirklich schick aus. Ich möchte ein Foto von meinen beiden Männern. Caillou stellte fest, dass bei Leo zu Hause sogar das Zähneputzen Spaß machte. Aber als sie dann schlafen sollten, vermisste Caillou Mami und Papi und sein Zuhause sehr. Langsam wurde er ganz, ganz traurig. So, und jetzt wird geschlafen. Leg dich ins Bett, Caillou. Gute Nacht, Leo. Du meine Güte. Was ist mit dir los, Caillou? Ich will wieder nach Hause. Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir beide jetzt deine Mami anrufen würden? Ich will wieder nach Hause, Mami. Hm. Will Teddy auch wieder nach Hause? Teddy? Armer Teddy. Der muss sich in deinem Rucksack ziemlich einsam fühlen. Und er hat sich so sehr gefreut, mit dir bei Leo übernachten zu können. Als ihm sein Teddybär einfiel, wollte Caillou jetzt überhaupt nicht mehr nach Hause. Schnell holte er Teddy und gab ihm einen dicken Kuss. Geht es Teddy jetzt besser? Ja, weil ich ihn ganz fest umarme. Gut. Gute Nacht und träumt süß. Kein Flo soll zwicken dir die Füße. Mami, ich will auch gefahren werden wie Rosie. Na schön, aber wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir nicht mehr dazu, unseren Schneemann zu bauen. Ich will die haben. Caillou, es gibt nachher einen Überraschungskuchen. Schon vergessen? Also brauchen wir keine Kekse. Klar? Und was ist das für ein Überraschungskuchen? Wenn ich es verrate, ist es keine Überraschung mehr. Also, wenn wir an der Kasse sind, pass du auf Rosie auf, während ich den Wagen ausräume. Caillou musste die ganze Zeit an die Kekse denken. Aber er hatte völlig vergessen, wo sie waren. Als er sich beim Suchen verlaufen hatte und plötzlich allein war, bekam er sehr große Angst. Mami! Mami! Wo bist du? Mami! Caillou, wo bist du? Du bist weggegangen. Nein, du bist weggegangen. Aber ich bin sehr froh, dass wir dich gefunden haben. Jetzt wollen wir nach Hause. Caillou war immer noch verängstigt. Aber er war sehr glücklich, dass Mami und Rosie wieder bei ihm waren. Das war furchtbar, als ich allein war, Mami. Ich fand das auch schrecklich, mein Hase. Also wollen wir hoffen, dass das nie wieder passiert. So, und jetzt wollen wir unseren Überraschungskuchen fertig machen. Aber ich möchte gerne einen Schneemann bauen. Aber wir machen doch einen Schneemann. Allerdings hier in der Küche. Der besondere Überraschungskuchen. Ja! Caillou und Rosie hatten völlig recht. Sie hatten erraten, was Mami's Überraschung sein würde. Mami, guck mal! Ein richtiger Schneemann! Brr, dann wird er sicher frieren. Wir sollten ihm einen Schal geben. Also, wir brauchen den Rš. Wir machen den R. Mami, guck mal! So, wir brauchen den R Yeah!